Die Normenbibliothek des VDE-Verlags In diesem Video geben wir Ihnen einen Überblick über die Funktionen und den Aufbau der Normenbibliothek. Haben Sie bereits einen Zugang? Melden Sie sich als erstes über das Anmeldeformular an. Falls Sie Ihr Passwort nicht mehr wissen, können Sie einfach auf Passwort vergessen klicken. Nach der Anmeldung sehen Sie den Startbildschirm. Dort wird Ihnen ein Überblick über Ihr Abonnement sowie die Neuerscheinung angezeigt. Einmal in der Woche, freitags, wird Ihr Abonnement automatisch aktualisiert. Ganz oben finden Sie im linken Bereich die Suche der Normenbibliothek. In einem weiteren Video lernen Sie die verschiedenen Suchfunktionen der Normenbibliothek kennen. Rechts davon befindet sich das Hauptmenü mit der Unterteilung in Normen, Fachbücher, Zeitschriften sowie einen Index über alle Dokumente. Unter Normen finden Sie eine Unterteilung in DIN VDE National und IEC International. Der Bereich Fachbücher umfasst meine Fachbücher und ein Archiv. Das Menü Zeitschriften beinhaltet die Ausgaben der Building and Automation. Unter dem Punkt Index finden Sie eine alphabetisch sortierte Stichwörterliste sowie eine Liste, die nach der internationalen Standardklassifikation ICS-Nummer sortiert ist. Im linken Bereich finden Sie die Neuerscheinungen zu Normen, Entwürfen und Fachbüchern. Rechts daneben finden Sie unter Empfehlungen Links zur Normenbibliothek-App für Desktop und mobile Geräte sowie zur Normenauskunft-App und zum DIN Normenhandbuch. Ganz rechts befindet sich Ihr persönlicher Bereich mit den Favoriten und eigenen Ordnern. Klicken Sie auf eines Ihrer Dokumente. Sie sehen links unterhalb des Dokumentennamens, des Ausgabedatums und des Status vier Schaltflächen. Die Schaltfläche Zu Favoriten hinzufügen gibt Ihnen die Möglichkeit, Dokumente Ihrer Favoritenliste oder Ihren Ordnern zuzuordnen. Im folgenden Dialogfenster können Sie den Namen des Dokumentes ändern und den Ordner auswählen, in dem Ihr Favorit gespeichert werden soll. Ein Klick auf die Schaltfläche Notiz anlegen schaltet den Notizmodus ein. Im geöffneten Dokument finden Sie dann, hervorgehoben durch einen hellgrünen Balken, die Möglichkeit, Notizen unter jedem Abschnitt hinzuzufügen. Durch einen Klick auf den hellgrünen Balken öffnet sich ein Textfeld, in das Sie den Text der Notiz eingeben können. Klicken Sie anschließend auf Speichern. Um eine Notiz zu entfernen, klicken Sie auf Löschen. Ein erneuter Klick auf Notiz anlegen beendet den Notizmodus und die leeren Notizfelder werden in der Dokumentenansicht ausgeblendet. Die bereits erstellten Notizen bleiben weiterhin in der Dokumentenansicht vorhanden. Wählen Sie die Schaltfläche Frage an Experten, um im anschließenden Dialogfenster direkt Ihre Frage zu der geöffneten Norm zu stellen. Mit PDF öffnen wird das Dokument je nach Einstellung im Browser geöffnet und kann dort direkt angesehen, gedruckt oder heruntergeladen werden. Der Detailbereich umfasst die Unterpunkte Dokument, Information, FAQ bzw. Änderungen, Vorgänger und gegebenenfalls Empfehlungen. Rechts davon sehen Sie das I, welches die Legende zu den grafischen Hinweisen enthält. Das Inhaltsverzeichnis finden Sie im Bereich Links neben dem Dokumentenbereich. Im Bereich Dokument können Sie beliebig durch das Dokument scrollen und die sehr aufwendig angelegten internen und externen Verlinkungen verwenden, um schnell an bestimmte Stellen zu gelangen. Das Dokument wird dabei nach und nach geladen, wenn Sie zum unteren Anzeigebereich kommen. Rechts sehen Sie einen blauen Balken, der Ihnen die aktuelle Position im Dokument anzeigt. Befinden Sie sich im Dokument Bilder oder Tabellen, können Sie sich diese durch einen Klick darauf in einer vergrößerten Ansicht anzeigen lassen. Um den Lesebereich wahlweise zu vergrößern, können Sie das Inhaltsverzeichnis und den Favoritenbereich durch die kleinen Pfeile an den Seiten ein- und auch wieder ausklappen. Unter Information finden Sie weitere Angaben zum Dokument, wie beispielsweise den Titel des Dokuments in anderen Sprachen, Ersatz- und Änderungsvermerke, das zuständige Normungskomitee, die internationale Standardklassifikation ICS, den Referenten sowie die VDE-Vertriebsnummer. Das Register FAQ enthält allgemeine und spezielle Fragen zum jeweiligen Dokument. Die Antworten können durch Klicken auf den kleinen Pfeil rechts angezeigt werden. Unter Vorgänger werden Ihnen ältere Versionen der Norm, die gültige Norm sowie die dazugehörigen Entwürfe angezeigt. Das Register Empfehlungen zeigt Ihnen weitere Inhalte, die für Sie interessant sein könnten. Das Inhaltsverzeichnis gibt Ihnen einen Überblick über den Aufbau des Dokuments und die Möglichkeit, durch Klicken an die entsprechende Stelle im Dokument zu springen. Verwenden Sie einfach die Zurückschaltfläche Ihres Browsers, um zurück zur vorigen Ansicht zu gelangen. Im Register Favoriten finden Sie Ihre zuvor angelegten Favoriten und Notizen. Sie können ganze Dokumente hinterlegen und Ihre Inhalte nach Ihren Bedürfnissen strukturieren. Klicken Sie auf Neuen Ordner anlegen und geben Sie im anschließend geöffneten Dialog einen Ordnernamen an. Mit einem Klick auf die drei Punkte können Sie den Namen des Ordners oder des Dokumentes umbenennen. Ziehen Sie dann per Drag & Drop die entsprechenden Dokumente auf den Ordner und verwalten Sie so Ihre Favoriten. Sie können durch einen Klick auf eine Notiz direkt zu der entsprechenden Stelle im Dokument springen. Wenn Sie im Dokument auf einen hellgrünen Balken klicken, wird Ihnen der von Ihnen dazu eingegebene Hinweistext angezeigt. Sie können Ihre Notizen ändern und löschen. Zusätzlich ist es möglich, Ihre Ordner anderen Benutzern freizugeben und zu drucken. Klicken Sie dazu auf die drei Punkte neben dem Ordner und wählen Sie den Menüpunkt Freigeben aus. Anschließend öffnet sich ein Fenster mit einem Freigabelink. Mit Klick auf den Button Link kopieren wird der Freigabelink in die Zwischenablage kopiert. Verteilen Sie den Link nun per E-Mail oder Chat an die Nutzer, die auf den Ordner zugreifen sollen. Die Freigabe lässt sich unter dem Menüpunkt Freigabe beenden wieder beenden. Der Bereich Kommentare beinhaltet gegebenenfalls Kommentare zu Entwürfen in der Einspruchsphase. In diesem Video haben wir Ihnen einen Überblick über die Funktionen und den Aufbau der Normenbibliothek gegeben.